Ach, da hätte ich gar nicht Bogenschützen benutzen müssen, oder was? Scheiße. Äh, Wurfmesser. Ist also egal, wenn sie mich sehen. Ich dachte leise, ich darf nicht entdeckt werden, oder so. Nur wenn's egal ist. Ach. Uh, der hat aber verkackt, Junge. Der Junge hat verkackt. So, wo müssen wir hin? Hier rüber. Und hier runter. Und, oh. Ja, Moment. Das musste ich einfach einmal machen. Alles klar. Ah, okay. Cool. Ah, ne, ja, wieder Wurfmesser verschwendet ohne Ende. In diesem Moment ersetzen meine Männer die getöteten Bogenschützen. Der Weg zum Palazzo... Aber nicht das Gebäude selbst. Emilius Wachen patrouillieren noch. Nehmt meine Männer. Sie können die Wachen ablenken. Und euch den Kampf ersparen. Nein, ich will kämpfen. Zeit ist das Gebäude zu stürmen. Denkt an unser Training. Seid bedächtig, Ezio. Wir brauchen eure Vollzugsmeldung. Oh, scheiße, hab ich mich eben voll verschluckt. Scheiße, ey. Scheiße. Jawoll. Hä? Warum kletter ich hier ganz hoch? Bin ich dämlich? Und runter. Alles klar. Scheiße. Verdammt. So, da. Hier ist ein guter Weg, glaube ich. Ach, das sind meine Verbündeten, ne? Ja. Oh, 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 oh. Ach, du Scheiße. Ach, du Scheiße. Oh, fuck, ey. Da wollte ich doch gar nicht hin. Wo ist ein Schmied? Geht da direkt Gasse weiter. Falsche Richtung. Scheiße. Toll, jetzt kann ich noch meine Rüstung heilen. Was vermutlich auch nicht gerade günstig sein wird. Reparieren. 400. Ach, du Kacke. Rüstung habe ich ja bereits. Waffen. Gibt es überhaupt was, was noch besser ist? Ja, das macht mir Schaden noch, aber ist langsamer. Uh. Mailänder Schwert. Geil. Haben will. Haben wollen. Will haben. Ein Vergnügen, Signore. Komm bald wieder. Jo, jo. Und auf los geht's los. Jetzt bin ich soweit. Zack. Haben wir den. Nein, zu früh. Scheiße. Bam. So. Ich muss nach oben. Jetzt kann ich das aus dem Training anwenden. Und was höre ich da gerade? Was ist das? Das ist so ein Glitzern. Na los. Zack. Und tschüss. Na. Oh. Ezio. Die sie keine Chance haben. Die sie einfach so keine Chance haben. Nein, da muss ich also hoch. Gut. Da führt kein Weg dran vorbei. Zu blöd, dass ich da eben so dämlich abgesprungen bin. Das war schon mal wieder hier so eine unnötige Zeitverschwendung. Hier geht's doch sicher auch hoch nachher. Und da geht's doch noch mal vorbei. Hopp. 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 Oh, das geht hier ganz gut. Oh, okay. 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 Ehrlich mal zum Trottel. Oh, okay. Lebt wohl, ja. So, was, wenn er recht hat. Du, ruf mir mein Boot. Es kann nicht weit sein. Wenn es kommt, ladet die Kissen am sich. Genug. Tja, das war ja mal easy. Haben wir ihn direkt hier erwischt. Habt keine Angst. Ich spüre keine Angst. Nur bedauern. Ich wollte Einheit. Stabilität. Ordnung. Aber der Preis war zu hoch. Fortschritt erfordert Opfer. Ich tue das hier nicht gerne, doch es gibt keinen anderen Weg. Requiescat in Pachem. Ach ja. Ein weiteres. Oh, geil. Die Bogenschützen. Oh, der hat sich wegteleportiert. Verzeiht. Wir konnten nicht wieder stehen. Das ist schon klar. Kommt, öffnen wir das Tor für Antonio. Machen wir das. Toll, und jetzt haben die Diebe hier... ...die Kontrolle, oder wie? Wieso sollte ich da jetzt mitkommen? Hat sie doch auch so geschafft. Der Vater ist gefallen und Emilio Geschichte. Das verdanken wir euch, Ezio. Geht. Holt Emilios Banner ein. Bringt zurück, was er dem Volk gestohlen hat. Jawohl, ja. Sag mir, Ezio. Wie kann ich euch verabschieden und klonen? Geld ist nie verkehrt. Das ist einfach. Geil. Wie geil ist das denn? Emilio traf sich mit einem Mann namens Carlo. Er sah aus wie ein Wirkenträger. Kennt ihr ihn? Carlo Grimaldi. Grimaldi. Er ist im Rat der Zehn. Warum fragt ihr? Was habt ihr vor? Ich muss einem Treffen beiwohnen. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Sehr schön. Emilios Geschichte. Das alles gehört uns. Und wir haben synchronisiert. Fertig. Fertig synchronisiert. Sequenz 7 ist damit beendet. Das ist doch angenehm. Und wir sind inkognito. Alles klar. Ich unterbreche die Aufnahme während der Ladesequenz. Bis gleich. So. Ich bin zurück. Und wir sind glaube ich in Montrejoni wieder. Mal. Ja. Noch nicht ganz fertig. Ne. Wir sind weiterhin in Venedig. Und die Stadt baut sich wieder auf hier im Animus. Was immer wieder geil aussieht. Haben sie richtig gut hinbekommen die Entwickler. Welches Jahr haben wir denn? Wird das auch gesagt? Gezeigt? Wohl nicht. Aber Emilio hat ja Waffen an die Brüder, an seine Brüder in Florenz geliefert. Oh. Assassinen Grab. Geile Sache. Ich würde sagen als erstes mal Aussichtspunkt. Und direkt danach können wir uns ein, ähm, Dings holen. Ein richtig, äh, geile Kodex-Seite. Was heißt richtig geil, ne Kodex-Seite halt. Damit haben wir wieder eine mehr. Damit fehlen nur noch vier Kodex-Seiten. Und wer weiß, wo wir die bekommen, wann wir die bekommen. Vielleicht ist das auch so storytechnisch vorgegeben praktisch. Da kann ich hoch. Uh, ne Kiste, cool. Ja, für dieses Gebiet habe ich jetzt selbstverständlich noch nicht, ähm, die, äh, Schatzkarten. Die muss ich natürlich erst noch holen. Aber auch das kriege ich hin. Ich gehe jetzt gleich erst mal auf den Aussichtspunkt. Gucke mich da mal um. Und wenn ich dann einen Künstler finde. Einen Pinseler. Santo Stefano. Okay. Hopp, hopp. Juhu. Ein ziemlich niedriger Aussichtspunkt. Aber, das stört uns nicht weiter. So, hier ist direkt auch das, äh, Hauptziel. Das Questziel, aber. Nein. Scheiße, das ist noch ein anderes Gebiet. Da kann ich noch gar nicht hin. Verflucht. Egal, nächsten Aussichtspunkt direkt beim Assassinen-Grab. Dort kann ich dann. Uh, voll in die Eier, das ist echt übel. Alter Schwede. Das war heftig. Ah. Stirb. Ach, wie die nicht mal ausreden können. Oh, da ist eine Feder. Die würde ich mir natürlich lieb gerne holen. Aber... Hey, runter hier. Ah, ja, genau. Das Assassinen-Grab, das ist, äh, wieder mit ziemlich viel Kletterei verbunden, wie immer. Aber das hier war, glaube ich, das am heftigsten von der Kletterei her. So, Aussichtsturm. Oh, und hier ist auch... Oh, verdammt, da komme ich gar nicht hoch. Scheiße. Wo denn dann? Da auch nicht. Scheiße! Wieso hat das nicht geklappt? Verarschen. Hier vielleicht. Hoch zumindest. Nee. Nee, eben. Und hopp, und hopp, und hopp. So, und ich glaube, hier führt mich der Weg lang. Jawohl, hier komme ich hoch. Oder auch nicht. Okay. What the fuck? Wieso komme ich da nicht weiter rum? Am Arsch! Also, geht doch. So. Bisschen hin und her laufen. Und dann sind wir auch schon auf dem besten Weg nach oben. Alter, wieder das selbe... Alter, am Arsch! Geht doch. Weiß nicht, was der da immer hat. Was höre ich hier glitzern? Alter! Geht doch. Oh, cool. Ein neues Zeichen. Ich weiß nicht, was mit mir geschieht. Ich war in der Maschine. Und sie stecken mich immer wieder rein. Ich verliere die Tralle. Und alles, alles verschwimmt. Ich halte ein Gewehr. Gettysburg ist am Horizont. Ich erstach gerade einen Mann. Blut ist an meinem Waffenrock. Ich bin in der Oper. Die Sopranistin. Du wunderschön. Ich bin mit ihr im Bett. Sie schreit während...